Wie gut sind Bushido und Kids in der Schule? Sind sie kleine Musterschüler? Der Rapper Bushido, 44, und seine Frau Anna Maria Ferchichi, 41, haben sieben gemeinsame Kinder. Die vier Ältesten sind auch schon eingeschult worden. Vor einigen Monaten wanderte die Großfamilie nach Dubai aus, wohl eine große Umstellung für alle. Auf Social Media zeigte Sarah Connors, 42, Schwester bereits, dass sie sich mittlerweile gut eingelebt haben. Aber wie läuft es für Bushidos Kids in der Schule? Offenbar ziemlich gut, wie die Influencerin in ihrer Familien-Doku Bushido und Anna Maria, alles auf Familie erzählt, wir sind unfassbar stolz. Sie haben alle vier wunderbare Zeugnisse, tolles Sozialverhalten. Aber auch wenn es um die Noten geht, kann Anna Marias Nachwuchs glänzen, nur Einsen und Zweien. Das macht die TV-Bekanntheit mehr als glücklich. Ich bin einfach nur happy, weil das ja ganz schön aufregend bei uns war die letzten Jahre. Und da bin ich immer froh, wenn die Schule klappt, führt Anna Maria aus. Dabei dürfte sie nicht nur den großen Umzug meinen. Denn in Deutschland lebte Bushidos Familie Jahre lang unter Personenschutz, sodass sie kein normales Leben führen konnten. Und da bin ich, dass sie nicht mehr so gut sind, dass sie nicht mehr so gut sind, dass sie nicht mehr so gut sind. Für B-Boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, Graffer-ul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe Mafia, Parasitic, Dragonul, Maxi, Gespe, Chimie, Rimaru, Spike, Puia, Sișu, Apo, Grasul nimeni altu, Delvede sau Carbo. Trebuie să vă mănânci verzi cu verzi card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât? De zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât?